Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Mein Name ist Zubair von der Rahma-Organisation und ich wünsche euch und euren Familien alles Gute. Liebe Geschwister, wir haben ein Projekt, das schon seit circa einem guten Monat läuft. Es geht um das Projekt für Aktion Babynahrung Plus. In diesem Projekt kaufen wir Babynahrung vergünstigt ein in der Türkei und würden das dann mit weniger Aufwand und weniger Kosten den Menschen in Syrien auch zur Verfügung stellen. Dieses Projekt ist eine gute Sache, eine einfache Sache und wo wir auch dann mit Allah's Erlaubnis auch effektiver arbeiten können, schneller arbeiten können und auch unkompliziert den Menschen in Not ihre Hilfsgüter geben können. Wir haben über 4000 Euro jetzt gesammelt, es ist noch einiges offen. Und ich bitte euch, liebe Geschwister, verbreitet den Aufruf. Bitte hilft uns, die Summe gemeinsam zu erreichen. Mit Allah subhanahu wa ta'ala's erlaubnis. Mubarakullah fikum.